Jetzt sind sehr viele Schwänen unterwegs da vorne. Ich kann schon lange nicht mehr so viele Schwänen auf einem Haufen sehen. Wir haben am 23.09.2022. Vielleicht kann ich sie von näher aufnehmen. Ich bin jetzt noch nicht mehr so viele Schwänen mit dem Schrauben. Ich wollte mich auf einmal aufnehmen. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre später. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre später. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre später. Ich bin jetzt noch mal ein paar Jahre später. Die Strecke ist in der Nähe von der Strecke. So, relativ viel schneider vorne nach.